Jetzt in Tango. Die Welt hofft. Das Ende der Seuche. Forschern gelang ein sensationeller Durchbruch im Kampf gegen Aids. Weltmeister Michael Schumacher. Sein Kampf um den Titel. Und wie Deutschlands neuer Held seine Zukunft plant. Jetzt in Tango. Die Info-Illusträte. Jeden Donnerstag am Kiosk für 3 Mark. Alles klar? Alles Tango.